Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate Hot mit einer etwas verkehrten Salome. Mich hat es so leicht erwischt, zumindest habe ich so das Gefühl. Das heißt, ich werde amts mal hier so pausieren müssen, damit ich halt... Ja, ihr wisst schon, ne? So, ich will da hin. Und da komme ich auch hin. Irgendwie. So. Kann ich doch da hoch, das Ding kriegen? Ich dachte, es wäre hier. Er ist da, okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit dafür, oder? Oder auch nicht. So. Kann ich mir überprüfen? Ja, gut. Ich werde eigentlich noch Hilfe kriegen. Was denn jetzt? Keine Ahnung, was die sucht. Was ist da irgendwo hier? Naja... Das war auch nicht so geplant wie es so ist. Das ist eigentlich so geplant. Ich muss das ein bisschen anders da machen. Wir haben noch diese Kuchen und Spritzen. Die können wir doch eigentlich mal verwenden. Mal gucken, ob das hilft. Ja komm, lad mal ein bisschen schneller. Okay, ich will da rüber. Also... Und darüber will ich trotzdem. Das waren wir nur noch. Aber... Wir gehen jetzt ein bisschen anders davor. Wo? So, jetzt hier nach oben. Wir haben doch diese... Genau. So. Die haben wir auch. Die fehlt mir noch. Okay. So. Okay. Sonst ist da niemand. Der rennt jetzt weg. Wo rennt man da hinrennt? So. Hier ist sonst niemand mehr. Doch, da hinten ist noch viele. So. Wenn ich mich jetzt geschickt anstellen, müssten wir mich eigentlich gar nicht sehen. Ja komm. So. Geht doch. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist der! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Woah! Na los! Das klingt nach Ärger. Oh je. Na gut. Was in aller Welt sollen wir mit Papieren? Sie lesen! Wenn wir nur etwas zweifeln... Unter dem drüber und holt uns! Den Kopf, lasst das! Bahmen! Versuch uns um Wacken zu lassen! Meine Schwester kann auf Rubin ausweichen! Was? Wir kommen zur Kälte her. Ja. Mach! Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, dann kommt doch her! Wovon das Endensplitter! Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, dann kommt doch her! J-Cop! Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, dann kommt doch her! J-Cop! J-Cop, Vorsicht! Was hast du? Es sind Papiere, J-Cop. Dokumente, fahr schon! Ich brauche mehr Patronen! Nimm meine! Auf geht's! Secken hier trennen meine Schwester nicht? Hör auf! Sie müssen die Tränen an einen sicheren Ausbringen! Das ist nur, was ich hier gerade versuche! Wenn ich raten müsste, vielleicht uns beide scheißen? So, haben wir es geschafft? So ist es. Hör, dass du bitte etwas vorsichtiger fahren! Du gefährdest die Dokumente! Oh, die armen Dokumente! Wir werden abstrengen müssen! Was ist mit der Kiste? Vergiss sie! Spring! Sofort! Gut. Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt! Wir haben einen neuen Umhänge-Mantel bekommen. Hey! Umhänge-Jägermantel. Die hat super. Entschuldigung. Ja, komm, mach mal schneller. Da hat man schneller. Sollte ich wieder geschwiegen habe, aber erstens muss ich ein bisschen in die Stimme schonen und zweitens, äh, ja, das war ja auch ein bisschen jetzt zum, ja, ihr wisst euch meinen, Konzentration. Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Kempten-Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Was für ein schöner Tag. Mit Miss Dorn und den Papieren und allem. Einfach wunderbar. Okay, kleinen Moment mal. So richtig zur Geltung. So, jetzt aber. Wir haben ja was Neues im Inventar. In, 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 äh, boah. Im Inventar. Okay, jetzt kommt es nicht leisten. Das ist auch nisch. Haben wir gerade an? Wo haben wir den denn? Nehmen wir lieber den da. Entschuldigung. Ah, das war neu. Sie benötigen Level 7. Und dafür brauche ich Kohle. Umhänge. Ja, das ist eigentlich so ziemlich uninteressant, oder? Okay. Die bringen nochmal ein Plus da. Achso. Okay. Das spruchte ich halt vorher nicht, ne? So. Was haben wir denn noch? Was ist das? 5? Okay. Spiele nach Gehör. Wie setzt die Suche nach dem Innspieler? Mit Hilfe des Notizbus-Water-Siemiss? One, two. Okay. Oh, das geht schon mal interessant. Okay. 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 Ja, fehlt uns ja. Das ist der Typ. Okay. Ähm. Irgendwas muss ich vorher machen. Hier sind Stufe. Hier. Gut. Passt ja gerade. Und wir haben einen Punkt. Yay. So, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Wir haben noch andere Sachen. Ich weiß es ja nicht. Einkommenden sammeln. Ja, die Einkommens-Tol ist der. Ist das klar. Wo ist er eigentlich hier? Da lasse ich die Bär erst mal die Finger von. Erstmal. Und sonst haben wir, glaube ich, auch nichts anderes. Was ist das, ne? Abendmiss. Nö. Okay. Okay. Die verschlungenen Straßen Londons. Und der Nigel schlägt wieder Caprio. Mit diesem Schlagring siehst du recht imposant aus. So, die Frau, die aussieht wie ein Typ. Rate mal, was Nigel getan hat. Ja, können wir aber nichts machen, weil das ist schon fünf und da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Idengrabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Okay. Aber jetzt mit denen zusammen? Bin ich mal gespannt. Okay. Okay. Oh nein. Okay.